Ja, liebe Busfreunde, jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, da geht einem das Herz auf, wenn man dahinter schaut. Es sind knapp 200 Busse, die nur am Estrell-Parkplatz stehen. Morgen zur großen Busdemo sind alle bereit. Wir haben vor einiger Zeit eine Petition mal mit eingestellt, die von Hong-V-Hopp gegründet worden ist, diese Petition noch zu unterschreiben. Denkt bitte daran, wir brauchen nur 50.000 Unterschriften und schon wird das Thema Busreisen auch im Bundestag neu behandelt. Also Petitionen noch unterschreiben und für morgen alles Gute. Wir gehen jetzt mal runter und begrüßen alle. Wiedersehen, fährt euch dabei.